Hallo, mein Name ist Dirk Lukow von den Deichtualen Intendant hier und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer der weltweit bisher größten William-Kentridge-Werkpräsentationen überhaupt und einer der spektakulärsten Ausstellungen in der Geschichte der Deichtualen. Die Ausstellung zeigt 180 Werke von William-Kentridge zu einer gigantischen Gesamtinszenierung zusammengefasst aus unterschiedlich strukturierten Böden, taktilen Wandverkleidungen oder Raum-in-Raum-Installationen, wie wir sie eben gesehen haben. Das ist alles natürlich zusammen mit William-Kentridge und seinem Studio in Johannesburg zusammen entwickelt worden. William-Kentridge ist 1915 in Johannesburg geboren. Er stammt aus einer jüdischen Familie, ist in einem apartheidkritischen Umfeld groß geworden. Sein Vater war Sidney Kentridge und er hat Nelson Mandela in den 1950er Jahren in einem sehr berühmten Prozess, den sogenannten Tresan Trials, erfolgreich vertreten. William Kentridge lebt heute noch in Johannesburg, pflegt dort ein offenes Atelier mit Akteuren und Akteurinnen aus den verschiedensten Bereichen, Tanz, Performance, bildende Künste natürlich, aber auch aus dem Theater, um seine experimentellen, kollaborativen oder interdisziplinären Projekte zu entwickeln. Wir befinden uns hier in dem Atelier von William Kentridge, wo Kunstwerke im hohen Maße miteinander agieren. Das ist so eine Art Denkraum für ihn, wo alle Informationen zusammenfließen und sehr unterschiedlich geartete Werke zu sehen sind. Hier zum Beispiel sieht man stereoskopische Fotografuren, die einem im wahrsten Sinne des Wortes den Blick scharf stellen, wo man Fotografuren plötzlich dreidimensional sieht. Hier sieht man Zeichnungen und Skizzen von William Kentridge. Man sieht, wie akribisch er seine Kunst vorbereitet. Oder Trompeleu-Skulpturen, wo das Material nicht das ist, was man denkt, dass es sei. Man sieht hier eine filmische Dokumentation von William Kentridge in seinem Atelier. Er schaut sich sozusagen quasi selber über die Schulter beim Erstellen seiner Zeichnungen. Ein Universum aus Kohlezeichnungen und Schattenrissen, die man da erkennt. Drama der Geschichte. Oder hier das Making-of der Ausstellung mit der Gesamtinszenierung und den verschiedensten Materialien, die hier zum Einsatz gekommen sind. Der Haupttitel der Ausstellung, Why Shoulder Hesitate, zitiert die Bemerkung eines jungen afrikanischen Soldaten, der im Ersten Weltkrieg einberufen worden ist, in Europa Krieg zu führen. Und William Kentridge macht sich dieses Why Shoulder Hesitate zu eigen, um sein eigenes Zögern als weißes Kind der Apartheid sich für die Belange der Schwarzen einzusetzen. Und das macht noch einmal deutlich, dass seine Kunst nicht einfach politisch ist, sondern in einem umfassenden menschlichen Sinne zu verstehen ist. Der Untertitel der Ausstellung, Putting Drawings to Work, deutet an, dass die Zeichnung die absolute Basis seiner Kunst ist. Er hat einmal so schön gesagt, die Linie wird dich führen, wie ein Hund die Leine zieht. Jedes Bild bei ihm ist immer auch die Suche nach dem Bild. So, er stellte zuerst mal Spuren auf einem Blatt. Dann radierte er diese Spuren wieder aus, um sie neu zu zeichnen. Gleichzeitig nimmt er es mit einer 35mm Kamera auf. So bringte etwas Haptisches, Handgemachtes, ja Wärme, in das technische Medium des Films. Das Faszinierende an der Kunst von Wilhelm Kendritsch ist ihr poetischer Kern. Natürlich auch das Visionäre, aber vor allen Dingen auch die Intensität der Werke. Der Ernst auf der einen Seite und die Leichtigkeit auf der anderen Seite. Dass er uns in so viele Welten einführt. In technische Welten, in politische Welten, in historische und immer wieder auch auf seine Geschichte zurückkehrt. Die des Apartheid-Regimes in Südafrika und die Geschichte des Kolonialismus.